Schönen Tag im Jahr, da ist er nach Oerlinghausen zum Fliegertag geflohen. Der heißt, der Fallon zum Modellflieger-Gunga-Eier. Der fliegt ins Flugzeug, besser. Der braucht irgendwie keinen Schritt. Super, ne? So. Ja, jetzt fliegt er wieder dahinten, er ist um die Kante rum. Aber er düppelt noch ein bisschen auf der Höhe da oben, ne? Gut, das ist doch ideal zu philosophieren. Sonne im Rücken, jetzt mal los. Soll ein Seeadler früßt natürlich, wenn er am Wasser wohnt, eigentlich ganz besonders gerne. Nur wenn sie kippen, die da ist. Fische. Soll ein Seeadler früßt, oh, jetzt hat er sie geschüttelt, hast du das gesehen? Das sieht man auch selten, dass er sich mal durchschüttelt. Eieieiei. So, jetzt hoch und dann hat er bremst. Uuuh! Eieieiei. Schlecht, schlecht, schlecht. So, jetzt, Juni, muss dir nie gucken, ob er daran denkt, ne? Da spüren wir mit dem Fakt. War ja verboten. Okay? Da ist er. Klar, sagt er das. Einer meiner besten. Das ist ein Seeadler. So, hier gibt es ein Seeadler.